Hallo, liebe Tiefsee-Freunde zu einer neuen Ausgabe von EUROTUK SIMULATOR 2. Ja, wir sind ganz oben im Norden von Großbritannien, und zwar in Aberdeen. Und ich dachte mir, Zeit für ein paar Kurzaufträge vielleicht. Mal gucken. Und zwar haben wir hier die Option, entweder Bauholz oder Schweinefleisch zu liefern. Was haben wir sonst noch? Heiße Gemikalien. Das haben wir ja noch nie geliefert, oder? Was ist das hier? Das bringt natürlich nicht viel. Chlor, nee. Ja, Chlor wäre natürlich auch schön, aber ist ein bisschen zu weit, würde ich sagen. Gummibärchen. Gummibärchen, warum nicht? Nach Newcastle. Ja, Gummibärchen haben wir noch nie geliefert, glaube ich. Ja, dann mal hier Gummibärchen, würde ich sagen. Los geht's. Wir müssen aber erst hinfahren, ja. Wie man es am Rande bemerkt. Für alle die, die jetzt noch nicht wissen, wie das hier abläuft. Als erstes müssen wir hier schauen, dass wir hier ins... Ja. Dahin kommen, wo wir hin müssen. Das muss man jetzt mal umdrehen wahrscheinlich, oder wie? Tatsächlich. Ja, wir wollen hier ganz entspannt fahren. Für alle die, die nicht wissen, was hier geplant ist. Ohne Stress, ohne Hektik soll das hier ablaufen. So, ich muss jetzt mal hier ausparken. So, und jetzt geht's los hier. Wie weit fahren wir da? Vier Kilometer. Ja, das geht ja noch. Das ist ja relativ harmlos, die vier Kilometer bis dahin. Tschö. Wiedersehen. War nett. Da raus. Genau, da geht's raus. So. Ich höre mein Navi nicht mehr, konnte es sein? Tatsächlich. Moment, ja, langsam. So geht das nicht. Ich brauche mein Navi. Ich höre mein Navi nicht mehr. Das ist so schlecht. Bisschen lauter, bitte. Machen wir mal so. Ich habe da was kleines bisschen verändert, weil ich gedacht habe, probieren wir es mal, aber... Ne. So geht das natürlich nicht, ne? Ohne... Ah! Bin ja noch falsch ab hier. Sorry, Entschuldigung. Geisterfahrer. Gott, das werden wir immer noch in England, mein Lieber. Ich werde das nie kapieren. Super leid. Also, es ist jetzt einfach. Junge, Junge, Junge. So, Aberdeen. Da waren wir jetzt so noch nie. Oh ja, schön hier. Das ist ein Hafen, hier hinten Hochhäuser. Sehr schön. Ups. Plastersteine haben die hier sogar. Nicht schlecht, Herr Specht. So, jetzt muss ich erstmal... Ich höre nix. Au! Fahr zu! Die Helga ist so leise, ich höre die nicht. Ich glaube, ich weiß warum. Ich habe mich gleich um die Helga zu kümmern, ich muss jetzt schnell diesen Auftrag annehmen, bevor er wegläuft. Wo sind denn die Gummibärchen? Gummibärchen! London wäre natürlich auch Wahnsinn, aber es ist ein bisschen weit jetzt hier. Cambridge ist auch ein bisschen weit, ne wir nehmen die Gummibärchen. So, los geht's! Los geht's! So, jetzt gleich. Irgendwo ist da noch der Wurm drin, hier, so eine Sekunde. So. Ah, ich weiß wahrscheinlich, wo es dann liegt. Ich glaube, das kann ich nur, nachdem ich jetzt aus dem Spiel herausgehe, beenden. Oder ändern, besser gesagt. Das will ich jetzt eigentlich nicht so direkt. Dann müssen wir halt jetzt mal ohne Helga fahren. Ich glaube, ihr hört sie schon, aber ich glaube, ich höre sie nicht. Naja. Wird schon schief gehen. So. Was rechts müssen wir fahren? Also ich will immer falsch abbiegen, das ist Wahnsinn! So, was decken wir denn hier auf? Eine Arbeitsagentur. Okay. Wenn ich jetzt etwas... Und dann kommt da noch was, wie ich sehe. Wahrscheinlich wieder ein Händler. Vermute ich mal. Naja. Keine Panik. Stopp. So. Da sind wir. Mit Gummibärchen. Na super. Ich glaube, das hat er noch nicht, oder? Hm. Ich weiß es nicht. Naja. Wir spielen hier ganz entspannt. Ohne Stress. Ohne Hektik. Wollen hier ein bisschen abschalten und ein bisschen Spaß haben hier. Wir nehmen das nicht allzu ernst. Also bitte für alle die, die jetzt eins auf LKW-Fahrer machen wollen, dann bitte nicht hier sich aufregen, wenn vielleicht das ein oder andere etwas schief läuft oder nicht ganz so gemacht wird. Ich bin hier auch kein Profi. Wir spielen hier mit Gamepad und nicht mit Lenkrad. So. Ja ja. Nur schon wieder zu weit abgewogen. Ich glaube tanken und Pause machen müssen wir bei dem kurzen Auftrag nicht. ich wollte unbedingt mal so einen kurzen haben um eben da oben in Schottland ein paar Strecken oder beziehungsweise Städte freizuschalten deswegen so ein kleiner kurzer zwischendrin aber wir wollen natürlich auch Geld verdienen, ist klar das ist natürlich das nächste so ich hoffe ja, dass unsere beiden Angestellten auch was dazu beitragen dass wir hier mal ja, weiterkommen wenn wir die 400.000 schaffen, dann könnte es ja, dann überlege ich, wo wir die nächste Zentrale uns dann zulegen werden ich bin ja immer noch so für Mailand gerade, bin kein Mailand Fan mal schauen aber dazu müssen wir erst nach Mailand kommen um dann dort eben die nächsten Angestellten anzusiedeln naja, mal schauen wir haben ja Zeit alles entspannt so aber auf der Strecke waren wir noch nicht, oder? beim hinfahren waren wir anders, glaube ich haben noch 365 Kilometer vor uns schon noch ein bisschen aber so ist es ganz okay die Sonne geht unter kurz vor Geisterstunde haben wir auch passt würde ich sagen Ja, Schottland ist schon hügelig ja man mag es nicht glauben aber die Highlands hier so einsam hier es kann nur einem geben ein bekannter Spruch so, jetzt wird es ein bisschen kurvenreicher das Stück langsam das Gefühl dass sie jetzt ein bisschen tricky wird die Kurve hier naja läuft läuft so 320 noch Pause machen müssen wir nicht das schaffen wir so langsam langsam das brauchen wir jetzt auch nicht mit der Tankstelle hier so wir schauen mal kurz auf die Karte hier wo er uns hinführt ah ja jetzt kommt gleich die Autobahn da müssen wir hin genau aber die Strecke ist ganz schön befahren oh wird kontrolliert ja ist ja gut so 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 jetzt müssen wir hier hoch na komm ja da müssen wir jetzt wieder ein bisschen ja Power machen hier oh was da passiert ja die Sperre hilft mir jetzt wenig weil ich muss ja hier weiter also Leute ihr könnt es ja hier sperren aber bringt mir auch nichts so so die spüren die Autobahn und die äh ich kann hier gar nicht ausweichen ne also irgendeine andere Route fahren geht gar nicht dafür haben wir jetzt eine freie Autobahn ist auch gut würde ich mal sagen oh jetzt hier Luis konnte keinen Auftrag finden äh das ist scheiße hat uns wieder nur Geld gekostet war ja super klasse gut gemacht was ist mit der anderen hat die wenigstens was reingebracht wissen wir noch nicht okay oh 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 das war knapp oh 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 beinahe haben wir hier die Kurve nicht mehr gekriegt junge 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 ah Glück gehabt ein bisschen zu ja heftig hier äh ich wollte eigentlich die Kamera wechseln wir sind hier da ja schaut euch das an ja so sieht es ja aus meine Herren das war jetzt echt knapp aber glück gehabt wir sehen ja sonst hätte man abschleppen müssen das hätte wieder Geld gekostet ey der witzger so immer geradeaus immer geradeaus ja 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 Oh, wir brauchen unbedingt Wegstatt. So, da ist hier jetzt die Unfallstelle. Na super. Dann fahren wir mal vorbei. Ja, ja, wir müssen da raus. Ich weiß. Der Motor macht ein bisschen Probleme. Aber wir müssen jetzt unbedingt noch diesen Auftrag hier erfüllen. So, noch 200 Kilometer. Das müssen wir mal schaffen hier. Auf geht's. Gib Gummi, gib alles. 97.000 Da wollen wir noch fahren. Ja, super Geschwindigkeit. Überholen hier mal. Keine Zeit. Keine Zeit. So. 180 noch. Wir nähern uns dem Ziel. Dann müssen wir uns reparieren lassen. Und das war wieder umsonst, die Fahrt. Die letzte war ja schon umsonst, glaube ich. Wenn wir nicht irre. Weil wir zu spät waren. Der ganzen Aufwand umsonst. Das war echt bitter. Und der ist eigentlich nur dafür gedacht, dass wir ein bisschen hier ja, eine neue Stadt aufdecken. Aber wir müssen ja reparieren auch noch, ne? Ja, ja. Was? Achso, geradeaus. 170 noch. Und dann müssen wir uns wieder um die großen Aufträge kümmern. Und dann müssen wir uns wieder vorstellen. Okay. So. Okay. Okay. Vielen Dank. So, jetzt wieder Landstraße hier. Ist jetzt ein bisschen reif, was ist denn hier los? Eine Polizei nach der anderen, der Wahnsinn. So, nächste Brücke hier. Okay. So, jetzt wird es wieder etwas kurviger. So wieder ein bisschen aufpassen hier, damit wir die hier nicht irgendwo hängen bleiben. Oh ja, da geht es runter, da hinten. Ach du Scheiße, ich sehe schon. So, noch 124 Kilometer mit unseren Gummibärchen durch die Highlands. Ein Traum, oder? Wahnsinn. So. Langsam, 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 langsam. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen mitdenken hier beim Fahren. Langsam, Vorsicht, erste, ja, das ist wunderbar. Nächste Kurve, schön entspannt hier. Ah, nur nicht hier übertreiben, hier schön. Genau. Ah, da ist die nächste. Wir fahren auch noch bergauf. Super. Ah, da ist die nächste. Wir fahren auch noch bergauf. Super. Ja, komm, 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 komm. Ja, weiter, weiter, weiter. Noch 100 Kilometer. An der Spitze kommen wir hier an. Sehr gut. Wir haben einen Parkplatz da oben. Jetzt überhol ich rein, ne? Vorsicht. Na, jetzt raus wie dich, ne? Hehe. Ich fahre weiter, weil ich muss jetzt nur nicht hier stehen bleiben. Das tue ich mir jetzt noch nicht an. Das mache ich erst dann, wenn ich angekommen bin. So, jetzt wieder runter. Langsam. So. So. So ist fein, genau. Wunderbar. Jetzt haben wir das auch gleich hier. 90 noch. Einem schönen See vorbei. Ist da noch ein Nest drin? Hm. Weiß ich nicht. Was ist denn hier wieder los? Baustelle, okay. Überall blinkt's. So. Jetzt waren 70 Kilometer. Auf geht's. Endspurt. Ah, ich will jetzt nicht tanken. Ich will jetzt hier durchziehen das Ganze. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt's. 60 noch. Ah, jetzt kommen wir zu einer, ja, Autobahn wieder anscheinend. Jawoll. Immer geradeaus. Ah, bleib auf der Spur, verdammt. Da müssen wir hin. Noch 40. Noch 40. Ja, nun sind sie hier. Ja, machen wir. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Runter von der Autobahn, so wie's aussieht. Bitte links halten. Bitte links halten. Nimm die Ausfahrt links. Da müssen wir raus. Sehr gut, genau. Langsam. Ähm. Schon um die Kurve hier. Ja, so ist fein. Dann rechts abbiegen. Sehr gut. Noch 17 Kilometer. Gleich müsste das Ziel da oben aufblinken auf der Karte. Hoffen wir doch. Ja, da blinkt schon. Und dann haben die Gummibärchen ihren Zielort erreicht. Newcastle upon time, oder so ähnlich. Mhm. Unser Kurzauftrag hier, in Anführungsstrichen. Da noch ein Foto übrigens. Was? 2.000 Euro in Geschwindigkeit. Ja, super. Hat sich wieder gelohnt. Nochmal. Jawoll. Sag mal. So, die nehmen uns hier von allen, oder was? So, jetzt erstmal hier. Erster Aufenthalt. Schauen wir mal. 48 ist erlaubt. Die 50, sondern 48. Eine Fälligkeit. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Das war natürlich ein teurer Tag heute. Also von der links her, das war interessant. Von der Landschaft her und so. Vom Fahren. Aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Kann ich jetzt eigentlich das Fragezeichen hinten aufdecken? Scheiße. Bitte. Dann machen wir das nachher noch. Fragezeichen mache ich dann offline. Wenn ich den aufrecht hier abgegeben habe, dann suche ich auch eine Werkstatt auf. Da müssen wir hin. Ja, hier endet es. Endlich. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Ne, rückwärts bestimmt nicht. Genau. Da habe ich keinen Nerv für rückwärts. So, da halte der langsam. Da müssen wir hin, genau. So schön. Und jetzt hier rüber. Genau. Schön hier. Klar. Ja, 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 ja. Nein. Stopp. Tee. Das war's. Und? Ja, wenigstens ein bisschen, ein bisschen was, ne? Na gut. Ja, die Gummibärchen sind angekommen. Ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschöööö. Vielen Dank.